Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über modebewusste Manager bei Abercrombie & Fitch, den Absturz der Airline-Aktien und Enttäuschung bei Salesforce. Im Thema des Tages geht es um VW und das Billig-E-Auto. Und in der AAA-Idee verraten wir euch, bei welchem Mobilfunkunternehmen ihr als Anleger den lukrativsten Anschluss habt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Wetter und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 30. Mai. Und wir wünschen euch einen angstfreien Start in den Tag. Die europäischen Börsen, die waren gestern hingegen von der Sorge geprägt, dass die Inflation nicht nur in Deutschland hartnäckiger als erhofft sein könnte und damit auch die Zinswende wieder in die Ferne rückt. Die deutsche Inflationsrate, die ist nämlich erstmals in diesem Jahr wieder gestiegen, von 2,2 auf 2,4 Prozent. Und am Freitag, da kommen dann die Daten für die gesamte Eurozone. Da ist jetzt erst mal Nervosität angesagt. Der DAX, der schloss jedenfalls mit 1,1 Prozent im Minus bei 18.473 Punkten. Heute mal nicht größter Gewinner, sondern einer der größten Verlierer war Siemens Energy mit einem Minus von 3,8 Prozent. Ja, da wurden wahrscheinlich auch ein paar Gewinne der vergangenen Tage mitgenommen. Abwärts ging es aber auch für Douglas zum Beispiel minus 2,9 Prozent. Zu den wenigen Gewinnern hingegen gehörte Adidas mit einem Plus von 2,2 Prozent. Auch in den USA dominierten die roten Zahlen auf der Tafel. Der S&P 500, der verlor 0,7 Prozent. Der Nasdaq gab um 0,6 Prozent nach. Eine Mega-Rendite erzielten trotzdem manche Anleger. Und zwar immerhin von 242 Prozent. Klingt unglaublich, ist aber zu erklären. Rund 232.000 Privatkunden des bankrotten Kryptokreditgebers Genesis und der Kryptobörse Gemini, die erhalten ihre Bitcoin und Co. zurück. Die Vermögenswerte, die waren seit Januar 2023 gesperrt, werden jetzt aber zum aktuellen Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar zurückgegeben. Macht seitdem eine Rendite von eben jenen 242 Prozent. Aber es gab trotz des eher schwachen Tages auch reguläre Börsengewinner gestern in den USA. Das stimmt. Und zwar Ava, Crombie und Fitch. Und die haben dir wirklich was voraus, lieber Philipp. Denn der Bekleidungshändler, der beweist ein außerordentliches Gespür für Modetrends. Hey! Nein, du bist natürlich auch mal gut angezogen. Die haben einen Umsatz von 1,02 Milliarden Dollar gemacht im abgelaufenen Quartal und einen bereinigten Gewinn von 2,14 Dollar je Aktie erzielt. Und damit übertraf das Unternehmen nicht nur die eigenen Erwartungen, sondern auch die Prognosen der Analysten. Und für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern jetzt ein Wachstum von 10 Prozent anstelle der zuvor angepeilten Spanne von 4 bis 6 Prozent. Und die Aktie, die schoss daraufhin satte 24 Prozent in die Höhe und endete dann bei 189,45 Dollar und damit eben auf einem Rekordhoch. Ganz ähnlich sah es auch bei Dicks Sporting Goods aus. Das ist jetzt kein reiner Bekleidung, sondern ein Sportartikelhändler. Aber auch hier hat das Management die Jahresprognose angehoben und die Aktie, die kletterte daraufhin um 15,9 Prozent. Dicks Sporting Goods, das klingt schon eher nach meiner Modemarke. Gestern haben wir erst über den großen Kampf der Ölgiganten in den USA gesprochen. Da kam auch schon die nächste Meldung zum Thema. ConocoPhillips übernimmt seinen Wettbewerber Marathon Oil für 22,5 Milliarden Dollar. Das sind schon echt immer gewaltige Summen, die da im Spiel sind. Die Aktien von Marathon legten nach der Bekanntgabe 8,4 Prozent zu. ConocoPhillips, die verloren 3,1 Prozent. Die Konsolidierung am Ölmarkt, die geht also weiter. Die Aktie von American Airlines, die ist ja schon am Dienstag nach Börsenschluss abgestürzt. Gestern, da zog die US-Fluggesellschaft dann noch die Konkurrenten mit runter. Southwest verloren knapp 4 Prozent, Spirit 1,3 Prozent und in Deutschland, da verlor die Lufthansa 2,8 Prozent. Und American Airlines selbst, die sackten gestern um 13,5 Prozent ab, weil das Unternehmen ja seine Gewinnprognose gesenkt hatte. Die schlechte Nachricht, die kommt ausgerechnet nach dem Memorial Day Wochenende, das ja so ein bisschen als Beginn der US-Urlaubs-Saison gilt. Tja, und eigentlich wird für den Sommer 2024 ja sogar eine Rekord-Reisenachfrage erwartet. Wenn wir schon bei Enttäuschungen sind, bei Salesforce, da gab es gestern auch lange Gesichter. Im ersten Quartal lag der Umsatz des US-Software-Unternehmens nur bei 9,13 Milliarden Dollar und damit unter den Markterwartungen, die lagen bei 9,18 Milliarden. Ja, und auch beim Ausblick enttäuschte der SAP-Rivale in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld mit steigender Inflation und anhaltend hohen Zinsen haben sich die Kunden offenbar mit Investitionen zurückgehalten. Die Aktie, die verlor nachbörslich mehr als 16 Prozent. So hoffentlich enttäuscht du mich jetzt nicht auch noch mit den Terminen, lieber Laurin. Ja, ich versuch's, wobei die Woche wirklich erstaunlich ruhig bleibt. Hauptversammlungen finden statt bei LEG-Immobilien, Brentag, Nemecek, Deliveroo, Rolls-Royce, Enel und Morgan Stanley. Außerdem gibt's Zahlen von CTS-Eventim, National Grid, Aviva, Best Buy, Birkenstock, Costco, Dollar General, Doc Martens und Gap. Und das war's dann auch schon. Ja, stets bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Vielen Dank. Das Thema des Tages Laurin Wolfgang, Porsche hatte gestern einen guten Tag, das kann man nicht anders sagen, denn auf der virtuellen Hauptversammlung von Volkswagen, da war er nicht nur den Tortenwürfen der Protestierenden ausgesetzt, so war das ja letztes Jahr noch, da hat er sich nur knapp wegducken können. Die Aktionäre, die genehmigten ihm gestern auch die Dividende von gut neun Euro pro Aktie. Ja, und die wird eben ausgeschüttet auch an die Familien Porsche und Piech. Die halten ja über ihre Holding, die Porsche SE, fast ein Drittel der 500 Millionen Aktien. Ja, und das ist dann doch deutlich über eine Milliarde, wenn man das zusammenrechnet, was da an die Familien fließt. Ja, nicht schlecht. Also keine Torte im Gesicht und einen Haufen Geld aufs Konto, da kann man schon mal gute Laune haben. Und das, obwohl die VW-Aktie ja auf Jahressicht kaum vorangekommen ist. Die lag gestern genau einen Euro über ihrem Kurs von vor zwölf Monaten. Allein gestern, da ging es gut zwei Prozent abwärts und da braucht es dann wohl dringend neue Impulse. Ja, so richtig rund läuft es nicht, aber da geht es nicht VW anders als Mercedes oder BMW oder auch Stellantis. Die Elektroautos, auf die die ganze Branche ja durchaus heftig setzt, aber eben der Wolfsburger Konzern ganz besonders aggressiv, die sind in den letzten Monaten zu echten Ladenhütern geworden. Mercedes ist ja schon umgeschwenkt und hat sich erstmal von der reinen Elektro-Strategie verabschiedet, vorerst zumindest. Ja, VW-Chef Oliver Blume, der hat da gestern bei der Hauptversammlung angekündigt, dass er die Zukunft des Konzerns weiterhin in der E-Mobilität sieht und VW will weiter aggressiv in den Preiskampf gehen. In drei Jahren, da soll ein Billig-E-Auto für gerade mal 20.000 Euro auf den Markt kommen. Dafür hat der Vorstand jetzt auch grünes Licht gegeben. Arbeitstitel ist ID.1. Damit will sich VW dann nicht nur gegen die günstigen Tesla-Modelle behaupten, sondern eben auch gegen die zunehmende chinesische Konkurrenz in Europa. Gebaut werden soll das 20.000 Euro Auto in Europa, aber fest steht schon, nicht in Deutschland. Mit den Kostenstrukturen hierzulande im Wolfsburger Stammwerk oder in den anderen Fabriken, da ist das einfach nicht zu machen. Im Moment tippen viele auf Osteuropa. Immerhin nicht aus China, könnte man womöglich sagen. Wobei diese Entscheidung wohl auch mit den drohenden Zöllen zu tun haben könnte. Ja, da steht ja in den kommenden Tagen womöglich der Showdown zwischen der EU und der Volksrepublik an. Nachdem die USA ja schon ihre Zölle auf chinesische Elektroautos vervierfacht haben, auf 100 Prozent prüft auch die EU-Kommission seit Monaten, ob sie gegen die unfairen Subventionen für die chinesischen Hersteller wie zum Beispiel BYD oder NIO ebenfalls mit Zöllen vorgeht. Da gibt es einen ziemlich genauen Zeitplan, wann sich die EU-Kommission da entscheiden muss. Und nächste Woche ist es soweit, ein paar Tage vor der Europawahl. Da kann man schon erkennen, woher der Wind weht. Zufall dürfte das nicht sein. Es wird erwartet, dass Strafzölle verhängt werden für E-Auto-Importe aus China. Und das werden die Chinesen nicht unbeantwortet lassen. Das kann man schon mal ganz sicher sagen. Das Regime in Peking, das hat schon angekündigt, dass es dann gezielt Zölle auf Porsche und schwere SUV-Modelle verhängen will. Das würde neben der Porsche AG natürlich dann auch wieder Mercedes und BMW besonders treffen. Da muss sich also die gesamte deutsche Autoindustrie was einfallen lassen, wie sie damit umgeht. VW-Chef Blume hat jedenfalls noch für dieses Jahr eine neue Strategie für das kommende Jahrzehnt angekündigt. Allerdings ist auch kein deutscher Autobauer so abhängig von China wie die Wolfsburger. Das lässt sich eben auch so schnell nicht ändern. Die Chinesen scheinen zumindest vorerst auch nichts ändern zu wollen. Die subventionieren fröhlich weiter. Das Regime in Peking plant offenbar ein weiteres Förderprogramm für Festkörperbatterien in Höhe von 6 Milliarden Yuan. Das sind 760 Millionen Euro. Profitieren sollen davon sechs Firmen, unter anderem der Batteriehersteller CATL und auch die Autobauer BYD, FAW, Saik und Gili. Die Aktie von BYD, die legte gestern jedenfalls schon mal gut 5 Prozent zu. Und ja, das ganz ohne Tortenwürfe bei VW. Die AAA-Idee des Tages. Vor einer bestimmten Marke kann man sich hier in New York in jüngster Zeit wirklich nicht retten, Philipp. Und nein, es geht ausnahmsweise mal nicht um KI. Okay, lass mich raten. Du warst endlich bei Krispy Kreme und hast den angeblich besten Donut der Welt probiert. Schön wär's, aber stimmt, das bin ich ja noch schuldig. Das hol ich heute nach, versprochen. Nee, ich meine nicht Krispy Kreme. Man wird hier stattdessen dauerbeschalten mit Werbung von T-Mobile US, also der amerikanischen Tochter der Telekom. Im Fernsehen, da wollen mir zum Beispiel Superstars wie Jason Momoa einen T-Mobile-Vertrag aufschwatzen. Und das ist schon beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Amerikaner mit zum Beispiel AT&T ja eigentlich alteingesessene, traditionelle Mobilfunker hier im Markt haben. T-Mobile hat wirklich einen bemerkenswerten Aufstieg in den USA hingelegt. Das hat sich in dieser Woche erneut gezeigt. Das Unternehmen kaufte das Mobilfunkgeschäft des Konkurrenten US Cellular für ganze 4,4 Milliarden Dollar. Dazu gehören nicht nur die Kunden und Filialen, sondern auch bestimmte Mobilfunkfrequenzen. Das soll T-Mobile vor allem mehr Einfluss im ländlichen Raum in den USA bringen, wo US Cellular stark vertreten ist. Und diesen Deal wollen wir jetzt mal zum Anlass nehmen, um auf das Erfolgsmodell von T-Mobile zu schauen und damit eben auch auf die Aktie. Die jüngsten Zahlen, die zeigen schon, dass es ganz ordentlich läuft. Zwar stagnierte der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Knapp 20 Milliarden waren das. Aber beim Gewinn, da konnte T-Mobile kräftig zulegen und damit auch die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Nettogewinn, der lag bei 2,4 Milliarden Dollar. Das war ein Anstieg um 22 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Das ist ordentlich. Das Geschäft von T-Mobile macht aber noch mehr her, wenn man auf die Bedeutung für die Deutsche Telekom schaut. Denn das US-Geschäft, das trägt mittlerweile einen beträchtlichen Anteil zum Ergebnis der Konzernmutter bei. Im vergangenen Jahr betrug der Gesamtumsatz der Telekom etwa 112 Milliarden Euro. Das US-Geschäft machte davon 72 Milliarden aus. Dabei war T-Mobile einst noch das Sorgenkind des Konzerns. Ja, hier in den USA, da ist T-Mobile wirklich zur hippen Marke geworden. Also am Times Square, da gibt es einen sogenannten Signature-Store, der ähnlich viel Style hat wie ein Apple-Store. Und dazu eben noch die angesprochene Werbung. Und die Strategie, die scheint wirklich aufzugehen. Im Jahr 2023, da wuchs die Kundenbasis von T-Mobile erneut am deutlichsten in der Branche. Das Unternehmen das verzeichnete, nämlich ein Plus von 5,7 Millionen Vertragskunden. Und für das laufende Jahr erwartet T-Mobile einen ähnlichen Zuwachs, nämlich um 5,0 bis 5,5 Millionen. Die Ursprünge des Erfolgs, die liegen aber schon zehn Jahre zurück. Damals hat T-Mobile kräftig an seinen Tarifen herumgeschraubt. Es gab zum Beispiel Tarife ohne Vertragsbindung oder aber auch Tarif-Add-ons, wie etwa das Übertragen von ungenutzten Datenkontingenten. Das war damals ziemlich neu für die US-Verbraucher und deshalb durchaus reizvoll. Aber natürlich hat es T-Mobile auch über niedrige Preise geschafft, Kunden von der Konkurrenz wegzulocken. Der Wettbewerbsökonom Thomas Hazlitt, der hat kürzlich einen ganz interessanten Kommentar geschrieben und da argumentiert, dass T-Mobile seine Marke vor allem deshalb so stark aufbauen konnte, weil es auch gegen die Großen so ein bisschen den Außenseiter spielte. Und das dann eben nicht nur mit günstigen Tarifen, weil das Unternehmen das stichelte zum Beispiel ganz offen gegen die Konkurrenz von Verizon und AT&T, beide ja etwa doppelt so groß wie T-Mobile. Der damalige CEO von T-Mobile, John Leger, der verspottete die beiden Konkurrenten da auch schon, und gern mal als Zitat dumm und dümmer. Oha, wer jetzt eine T-Mobile-Aktie hält, der ist natürlich unmittelbar am US-Geschäft beteiligt. Die Aktie lief zuletzt schon ganz ordentlich. Auf Jahressicht steht da ein Plus von knapp 25 Prozent und jetzt bei 168 Dollar je Aktie. Analysten sehen aber noch Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel, das liegt bei 187 Dollar. Aber auch Telekom-Aktionäre sind am Erfolg von T-Mobile beteiligt, zumindest eben indirekt, denn die Telekom hält ja etwas mehr als die Hälfte an dem Unternehmen. Übrigens sind auch die Japaner von Softbank beteiligt und zwar durch eine Fusion mit dem damaligen Konkurrenten Sprint vor einigen Jahren. Gut, jetzt haben vor allem unsere älteren Hörer, zu denen zählst du ja auch, lieber Philipp, mit der einstigen Volksaktie Telekom keine guten Erfahrungen gemacht nach dem Crash zur Jahrtausendwende. Da dümpelte die Aktie ja nur so vor sich hin und in den vergangenen Jahren, da war aber zumindest wieder ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen über die vergangenen fünf Jahre. Da gab es eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa acht Prozent. Immerhin schlägt sich der Erfolg der US-Tochter bei Telekom-Aktionären seit Neuestem noch ganz anders nieder. T-Mobile zahlt dem Mutterkonzern nämlich erstmals eine Dividende. Die Telekom bekommt in fünf Quartalen insgesamt rund 1,8 Milliarden Dollar nach Steuern überwiesen. Die gehen dann zwar nicht direkt aufs Konto der Telekom-Aktionäre, aber lässt der Telekom wiederum selbst mehr Spiel für Ausschüttungen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch entweder eine Mail an AAA, also aaa-at-welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast-Player oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht. Denn zum Schluss haben wir gleich zwei gute Nachrichten. Erstens, wir haben die Technik endlich in den Griff bekommen. Eure ersten Geschichten aus tausend Folgen AAA sind im WhatsApp-Postfach angekommen. Vielen Dank dafür. Aber da geht noch mehr, oder? Also erzählt uns die 30 Sekunden Sprachnachrichten und eure AAA-Geschichten. Wie das genau geht, das erklärt euch jetzt gleich der Laurin, der immer so schön die Nummer vorliest, ganz im Stile der 90er-Jahre-090-Werbung, die nachts im Privatfernsehen lief. Und das, obwohl unser Single mit Niveau, der einen besonderen Fable für wohlriechende Elite-Partnerinnen hat, da eigentlich noch viel zu jung für Schmuddel-Werbung war. Ja, das stimmt. Das ist so. Und mit anrüchigen TV-Formaten, da hat man ja eigentlich auch mehr Erfahrung im Hause Vetter. Von daher müsstest du das jetzt ja eigentlich einsprechen, lieber Philipp. Aber komm, ich mach's trotzdem. Also in diesem Sinne, ruft uns an. Also schickt uns eine Sprachnachricht. Und zwar... Ach komm, da geht noch mehr, Laurin. Ruft uns an. Ich gebe mein Bestes. Also die Nummer lautet 0170 375 3558. Und falls euch Philipp mit seinen ganzen Anspielungen jetzt huschig gemacht haben sollte, dann findet ihr unsere Nummer auch nochmal in den Shownotes. Die besten Geschichten, die spielen wir dann in der Jubiläumsfolge am 12. Juni ab. Und bitte dran denken, nur den Teil eures Namens nennen, den ihr auch öffentlich im Podcast hören wollt. Gepiept wird bei uns nämlich nur, wenn's unanständig wird. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.